Shit, ey, die werden hier voll richtig schnell da sein. Probier ich das jetzt mal mit dem Laufen lassen. Aber ich muss ja... Ich steig mal kurz aus, ich guck mal, wie man da... Digga, ah, ah, okay. Ich guck mal kurz, wie man verrutscht, geh mal raus. Ja. Okay, warte, nee, probier du einfach mit dem verrutschen. Hier rein. Wie kommst du jetzt auf den Beifahrersitz? Geht das? Auf den Fahrer, genau. Kannst du jetzt auch wieder auf den Beifahrersitz? Geht das? Nicht so wirklich. Kann man aussteigen. Ah, die hat mich gerade geboxt, Mann. Und deswegen habe ich Sterne bekommen. Jetzt... Geht mir so ein Mann, irgendwie. Vier Sterne, instant, läuft. Er hat mich gerade abgeknallt. Nicht mal tot. Ne, man meint, du hast keine Sterne, oder? Ne, ich hab keinen. Also fallen jetzt einfach direkt noch mal. Diesmal kriege ich ihn einfach kurz um. Und ich... ...